In der Diashow 9 kann man nicht nur Fotos zeigen, man kann sie auch animieren. Man kann zum Beispiel so kleine Spielchen machen, wie ein Auto mit sich drehenden Reifen über einen Hintergrund entlang fahren lassen. Und wie das geht, zeige ich jetzt mal schnell. Ich hole mir erst ein Kapitel in die Timeline und in dieses Kapitel füge ich dann gleich eine Flexikolage ein. Jetzt sehe ich hier unten ist das Kapitel und dieses umschließt eine Flexikolage. Die Flexikolage ist jetzt natürlich noch leer und in diese Flexikolage kommt jetzt das Auto und auch die Reifen. Das Auto ziehe ich jetzt mal hier rein, da sitzt schon jemand drin. Und ganz wichtig ist jetzt erstmal, dass ich die Einblendung entferne. Und ich mache das auch gleich ein bisschen länger. Ich mache das mal auf 8 Sekunden. Und dann fehlen dem Auto hier noch die Reifen. Ich brauche jetzt nur einen Reifen, den ziehe ich mir hier rein. Entferne auch wieder die Überblendung. Und mache den auch wieder etwas länger, auf 8 Sekunden. Jetzt verkleinere ich mir den Reifen, indem ich hier an diesen blauen Anfassern einfach ziehe und das auf die Größe bringe, die hier gut passt. Und weil ich den Reifen ja jetzt schon angepasst habe und verkleinert habe, verdoppel ich mir den einfach. Und zwar halte ich die Steuerung-Taste gedrückt und ziehe dann an dieser Reifengrafik in die neue Spur. Und wenn ich hier den roten Strich sehe, lasse ich einfach los. Upsala. So. Und da ist der zweite Reifen auch schon. Den verschiebe ich jetzt einfach auf die hintere Seite. Wenn das hier ein bisschen übersteht, ist das überhaupt nicht schlimm. Das können wir später noch korrigieren. Jetzt wollen wir ja, dass die Reifen sich drehen. Ich klicke jetzt mal den ersten Reifen wieder an und füge eine neue Bewegungsmarke hinzu. Schiebe die so, dass die genau auf dem ersten Reifen liegt und klicke dann mit der rechten Maustaste drauf und wähle harte Kurve. Jetzt stelle ich unter Zeitmarke auch wieder 8 Sekunden ein, weil die Reifen sich ja die gesamte Zeit drehen sollen. Und das mit der harten Marke, das habe ich gemacht, damit die Bewegung über die gesamte Dauer gleichmäßig abläuft und nicht am Anfang und am Ende langsamer wird. Um jetzt die Drehung hinzubekommen, benötige ich die manuelle Eingabe. Und dazu gehe ich hier auf manuelle Eingabe und da habe ich so ein Fenster. Das füge ich mir gleich in die Programmoberfläche ein. Bei der zweiten Marke kann ich jetzt hier unter Drehung einen Winkel eingeben. Ich möchte, dass das Auto später von rechts nach links fährt. Also gebe ich bei den Rädern einen negativen Wert ein. Das bewirkt, dass die sich auch von rechts nach links drehen. Dass sie sich in die Richtung drehen, die sich Räder drehen, wenn ein Auto von rechts nach links fährt. Also ich gebe jetzt einfach mal zum Beispiel Minus 450 Grad ein. Man sieht jetzt gar nicht viel, nur dass sich dieser Rahmen hier gedreht hat. Das gleiche mache ich auch hier. Also ich füge wieder eine neue Bewegungsmarke hinzu, ziehe die genau auf die erste, wähle dann wieder die harte Kurve, weil ich ja möchte, dass die Bewegung gleichmäßig abläuft. Und dann gebe ich in der manuellen Eingabe einen negativen Winkel ein, also auch Minus 450. So, jetzt habe ich alles hier in der Flexikolage. Flexikolage bedeutet, dass ich eine Gruppe von Bildern animieren kann, während auch Bestandteile dieser Gruppe animiert sind. Und die Bestandteile sind in diesem Fall ja die Räder, die sich drehen. Und die Gruppe ist das Auto zusammen mit den Rädern. Das steckt alles in einer Flexikolage. Und diese kann ich jetzt verkleinern und nach rechts schieben. Dann füge ich eine Bewegungsmarke hinzu. Die sehe ich jetzt nicht. Da verkleinere ich mal die Ansicht und hole die mir wieder rüber. So, jetzt fährt das Auto schon mal von rechts nach links. Und es soll ja etwas länger dauern als zwei Sekunden. Darum gebe ich jetzt unter Zeitmarke wieder 8 ein. Ich mache das wieder auf die normale Ansicht. Und jetzt können wir uns schon mal die Vorschau ansehen. Der zweite Reifen hat sich jetzt aus irgendeinem komischen Grund nicht gedreht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass da immer noch zwei Sekunden steht, statt acht Sekunden. Also nochmal die Vorschau. Genau, jetzt fährt das Auto so entlang, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt fehlt noch der Hintergrund. Den füge ich im Kapitel ein und nicht in der Flexikolage. Ich klappe das Kapitel, äh, Entschuldigung, die Flexikolage jetzt mal zu. Und ziehe den Hintergrund hier oben rein. Auch hier wähle ich wieder keine Einblendung. Stelle es auch auf acht Sekunden. Und dann bei Seitenverhältnis stelle ich ein Zuschneiden. So, schauen wir es uns nochmal an. Jetzt rollt das Auto von rechts nach links durch das Bild. Und an diesem Beispiel kann man ganz gut erkennen, dass ich das Innere der Flexikolage, also die Räder, animieren kann. Und diese Animation bleibt auch bestehen, wenn ich die gesamte Gruppe, also das Auto mit den Reifen, nochmal animiere. Von links nach rechts, von rechts nach links fahren lasse. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Von links. Vielen Dank.